Alles klar, Fussel. Alles klar. Ich will deine Fantasien gar nicht wissen, Fussel. Aber das passt schon. Jeder soll ja seine Fantasien haben. Stell das doch mal vor. Was? Ah, mit Kerze. Ach, die hält das aus. So. So schlecht ist das nicht, ne? Ich finde, das sieht schon fast aus wie ein Innenraum. Wer hat keinen Damenbesuch? Wer hat keinen Damenbesuch? Der mit der schreienden Kerze. Doch, die fand das auch geil gestern. Die Kerze. Als ich gesagt habe, sollen wir uns ein bisschen romantisch machen. Und sie so, ja, gerne. Und dann habe ich die Kerze angezündet. Und du hast die ganze Zeit uns... Okay, und was passiert dann, wenn du die andere Person mit Kerzenachs beträufelst? Das haben wir auch gemacht. Da hat das, was ich in der Hand hatte, so... Au, 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 au. Und die da drunter so... Au, 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 ja. So, weißt du? Ging das jetzt zu weit? Nein, ne? So, der Bohnen ist auf jeden Fall jetzt wieder fertig. Ei, ei, ei. Genug Internet für heute. Ich denke es mir auch noch. Ja, das ist... Ja, ich habe einfach keine Fantasie daran, wie ich das... Wir haben einfach eine unschuldige Fantasie. Ja, das ist das Schlimme, weißt du? So, Leuchtfeuer ist integriert, indekariert. Indekariert? Ja. Brauchen wir was halt? Immer. Hm, die sehen so kacke bei mir aus, ne? Komm, wir bauen die einfach mal auf. Eine Lärchenholztür. Oh, das geht, ne? Und, äh, gut, hier ist ein bisschen dunkel. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Hier müssen wir uns noch was einfallen lassen, dass es nicht so blöd aussieht. Aber wir machen erstmal oben weiter. Also ich finde es jetzt schlecht im Wohnen. Mit dem Leuchtfeuer. Schauen wir was der Fuss Lido macht. Mit seiner Kerze. Hallo Frambert. Ärgerst du wieder meinen Hund? Nein, würde ich mich nie trauen. Machst du dann den Gaming? Ja. Da, 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 da. Kann was überhaupt der Gaming. Kann ich nicht. Der macht nur wieder Scheiße. Irgendwo. Also, ich finde das Leuchtfeuer toll. Ich glaube, der ist am Ding drüben am Leuchtturm. Komm, wir machen den Leuchtturm kaputt. Was machen wir? Den Leuchtturm kaputt? Wenn der aus Wolle ist, kannst du den anzünden. Ja, ich lasse einfach die Lava laufen. Auch schön. Am besten mit so einem einfachen... Ups. Ich würde hier gerne... Da sind Spinnen. Ich habe aber gerade... Uh, da ist ein Enderman. Hallo. Hallo, Herr Enderman. Hallo, hallo, hallo. Lass mal den Arm Enderman hinrufen. Hallo. Lässt sich da wieder Enderman? Uh, ja. Sexuell. Ja, was auch sonst. Da stehen die aber auch drauf. Sag mal, bin ich bläbbert? Ja. Im Zweifel, ja. Warum? Passt du. Wer geht's? Frage, wo komme ich jetzt noch mehr? Was, wo kommst du her? Ich weiß nicht. Nordösterreich. Ich bin schon verlaufen. Ich bin für Nordösterreich. Nicht hier hochgekommen, Lena. Ich bin für Nordösterreich. Doch. Ich bin für Nordösterreich. Ich bin für Nordösterreich. Schön. Im Zug fahren. Heimwärts. Ja, was cool. Cool, ne? Von da hinten? Nee, von da. Ölholz. Ja. Lärchenholz. Was gibt's noch für Objekte, was wir unbedingt brauchen? In unserer tollen Farm. Ich hab mal eine ganze Auflistung gemacht von Sachen, die man machen könnte. Nein, hast du gar nicht. Doch. Nein, nein, nein. Ja, dann erzähl doch mal, was standen da drauf. Ja, das ist ja das Schöne bei mir. Wenn ich eine Idee geäußert habe, vergesse ich die wieder. Man könnte allerhöchstens, Niklas, na jetzt mal real. Man könnte oben ins Leuchtturm statt Lava, könnte man da eine Redstone-Schaltung reinmachen mit Redstone-Lampen. Dass halt das Licht wirklich so außenrum geht quasi, ne? Also ich meine, es waren Leute. Bitte? Ich weiß zwar gerade nur nicht die Redstone-Schaltung, aber die geh ich nochmal hin. Ich meine, ich helfe dir auch gerne, wenn du Hilfe benötigst. Aber alles, was halt mit Kompli-Kompli-Menten zu tun hat. Kompli-Kompli-Menten zu tun hat. Genau. Das müssen wir machen, ne? Sonst sieht das scheiße aus. Aber so sieht's auch scheiße aus. Wie ich schon gesagt habe, mit eckigen Sachen rundbauen ist nicht so geil. Oder du musst halt einen anderen Maßstab wählen. Wenn die jetzt 600 mal 600 wäre, dann kriegst du schon eine ganz annehmbare Rundung hin. Annehmbare. Warum ist jetzt nochmal, äh, hier, warum kann ich nicht schlafen, dass es nicht wird? Es wird schon von alleine hell. Vielleicht hast du Schlafstörungen oder so. Wahrscheinlich. Was brauchen wir dafür, Redstone-Laterne? Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Was schenkt ihr eigentlich euren Müttern zu Muttertag? Ich weiß ihn noch nicht. Das ist aber bald. Ja, ich weiß nicht. Oh, stimmt, das ist hier gar nicht ausgezutzt. Machen wir das so hoch oder sollen wir das, äh, in Balde einen zurück? Weiß ich nicht. Haben wir noch Closedown oder muss ich in die Hölle? Bitte nicht. Ein bisschen Closedown sollte noch da sein. Tools, ich habe gedanklich gewusst, was du wolltest, deswegen habe ich mir über den Stack Closedown gespammelt gerade eben. Ist das in der Hölle oder was? Nee, nicht mehr. Ich hab's ins Lagersystem rein. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab ein bisschen was. Aber ich denke, das ist eine coole Idee, wenn ich das angeschlossen kriege mit dem... Oder? Sagst du Puzzle? Was? Äh, Niklas. Puzzle, Niklas. Wenn es so eine wirklich, so eine Lampe ist, wo halt ringsrum quasi leuchtet, wie beim richtigen Leuchtturm. Ja, wie gesagt, wenn du das hinkriegst, meine Dings übersteigt das halt, deswegen hab ich das so gemacht. Na gut, das ist ja... Stets bemüht im Rahmen seiner Möglichkeit. Eben. Weißt du, was der Nachteil ist, wenn man eine Vierergroße macht? Äh, Grundstein durch. Was denn? Du kriegst keine Symmetrie hin. Du musst dich halt nur mal anstrengen. Mhm. Stopp. Alles ausgelutscht. Unglaublich. Ich weiß schon, warum ich in meiner ersten Fantasie auf drei gegangen bin. Von der Höhe her ist ja super, aber... Das ist auch der Grund, warum ich sowas so ungerne immer im Stream baue. Stell dich nicht so an. Weil du Niklas dabei hast. Der ist doof. Hi. 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 Halt, ich mach jetzt ein Leuchtturm kaputt, das weißt du, ne? Ich werde dich für immer hassen. Ich bin halt so unförmig, der Leuchtturm. Du bist unförmig. Komm, die vier lassen wir hier, oder? Was ist denn jetzt eigentlich mit der Treppe, Niklas? Wie, was ist denn mit der Treppe? Ja, die Treppe. Ja, wenn du gerade dabei bist, kommst du mal eben. Dann ist sie natürlich nicht rund, ne? Ach, das ist doch scheiße. Ah. Drei auf vier, das ist halt kacke. Genau die Mitte. Die Mitte gibt es nicht. Niklas, wir müssen den nochmal abreißen. Wir müssen den komplett Neubaus, bitte? Der ist drei auf vier, wie kann denn das sein, Niklas? Ach. Man hat halt Schlamm bei der Planung, kann ich auch nichts dafür. Ich bin ja nicht der Planungsmeister, ich bin nur der... Nee, er macht nur Kacke, weißt du? Und dann sind wieder alle anderen schuld. Ein richtiger Politiker ist das geworden. Du könntest für einen Stadtrat von deiner komischen Stadt echt kandidieren. Widerlich. Ekelhaft ist das. Ekelhaft. Obwohl doch du eigentlich der geborene Politiker wärst. Nur weil ich so viel Scheiß den ganzen Tag rede? Naja, wie geht das Sprichwort? Ähm... Man kann viel erzählen, aber wenig Aussagen. Nee. Hä? Ah. Wie geht das Sprichwort? Ich weiß nicht, was du Sprichworte machst. Also für Sprichworte solltest du auf jeden Fall mit Jules sprechen. Der hat das drauf mit Sprichwort. So. So. Mein einer Kommentar unter deinem Video. Du erinnerst dich dunkel? Ja, du schreibst viel Kommentar unter meine Videos. Weil du magst es ja wenig. Weißt du? Ja. Von Niklas kannst du ja sowas nicht erwarten. Ach, da kannst du. Du kannst immer mehr erhoffen als erwarten. Ja, egal was ich bei dir schreibe. Ich wäre eh immer nur angemeckert. Weil du auch immer nur meckerst. Weißt du? Warum denn? Ich bin voll unterstützt und sage, ja, ich finde das geil. Würde ich mir angucken. Ja, ich würde mir mal was angucken und dann kommt von dir, ja, was willst du jetzt schon wieder von mir? Ja? Ja. Du recht. Mit? Mit recht? Nein, nein, nein. Oder meinst du das Sprichwort mit, alles wird gut, solange du wild bist? Nee, 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 das nicht. Hast du, nee, nee, nee. Hey, was? Wie kommt es jetzt da auf? Wenn wir das nicht mal gesagt haben. Da sind wir stark drin in sowas. Nein, wie geht denn dieses Sprichwort? Ja, dich habe ich nicht gemeint. Ich habe ein Buckel gemeint. Mit dir rede ich doch gar nichts mehr. Ist ja nicht mal mein Egal. Weil es Niklas ist. Wahrscheinlich meint er den Spruch, hauptsache gesund und die Frau hat einen Job oder so. Nein. Leicht, ja. Das gibt wieder Hasskommentare. Aber was weißt du schon? Ich habe keine Ahnung. Ein Bindeshuhn findet auch mal ein Pferd. Nee, das war's auch nicht. Ich bin mir sicher, das Sprichwort geht anders. Da ging es um Korn, ne? Ich glaube auch, ja. Jetzt denkt er wieder nur an Alkohol. Ja, das kann ich. Womit komme ich hier wieder raus? Also das ist mit dem Texture-Pack, ist das richtig bescheuert, da, äh, hier, Glas weg. Nein, das ist so ein Sprichwort, wo er halt Politiker beschreibt, aber ich fällt es gerade nicht an. Ich weiß, in welchen Videos ich gesehen habe, ich könnte auch mal schnell, ne, nachgucken, aber... Ich will, dass ich mein Gehirn jetzt wenigstens einmal am Tag anstrengen. Das wäre wünschenswert, ne? Oh, verdankt. Sagt er den Mitarbeiterinnen auch immer davon ab. Weg. Weg. So, dann machen wir es eben nur drei. Ich meine, diese Scheiß-Teile, die nur auf einen, weißt du, das ist... Aber sieht halt dann kacke aus, und kacke wollen wir nicht. Die Birne fällt auch nicht weit vom Baum, nee, auch nicht. Appel wie Birne? Außerdem heißt das doch, der Appel fällt nicht so weit vom Birnenbaum, oder? War das nicht so ein Sprichwort? Ich hätte Bananen im Baum. Wie auch ist auch Bananenbrot. Vielleicht meint es, alles hat ein Ende, nur Söders Amtszeit endet nicht, oder so. Nimmt keins. Hat zwei. Das ist ja auch was Gutes, aber... Was, Söders Amtszeit? Kann man jetzt sehen, wie man will, nicht? Ja, also... Ja. Ich rede nicht drüber. Nee, dürfte ja. Du kommst ja aus Bayern. Zum Tode verurteilt im Freistaat Bayern. Eben. Wir wollen ja jetzt Handgranaten tragen dürfen, ne? Ja, so ungefähr läuft es. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Nein, wie geht dieses Kack-Sprichwort Mensch? Heiner geht nicht, Heiner dringt noch ein? Ist jetzt ein bisschen ekelhaft. Das kann sein, ja. Oder aus Spaß wurde Ernst. Ernst ist jetzt ein Jahr alt. Ah, siehst du, den kannte Jules noch nicht. Ah, ich kenne den... Mir ist letztens ein Kondom geplatzt. Im Ernst. Nee, im Dieter. Ja, zum Beispiel. Das ist auch schön. Ich denke, Jules denkt jetzt drüber nach, wer Dieter ist. Hm, vielleicht ja. So. Ja, das geht. Eben. Ich weiß zwar nicht was, aber... Ja, eben. Das geht. Geht Redstone über Stuhl, Rüssel? Hm, ich glaube nicht. Ich glaub's auch nicht. Redstone ist ein bisschen doof. Mann, ich würde es wissen. Das ist... Bitte das nicht. Okay, wird es doch jetzt einmal wieder Kack-Sprichwort gehen. Wenn jemand sagt, Kondom geplatzt, muss ich immer an die weisen Worte von Elo-Tricks denken. Mann, du hast keinen Pferdepimmel. Ein Kondom kann nicht platzen. Das reißt. Ah. Ein zweitloser. Ah. Ich hab' ich hab' auch mal gehört, in so'n klassisches Kondom passen 18 Liter Flüssigkeit. Real? Ja. Weißt du, wie anstrengend das war? Achso. Alles klar. Ja, aber sollen wir wirklich 18 Liter reinpassen? Beschäftige mich damit nicht, weißt du? Also Sofa bringt Fokus in Lockdown, ne? 18 Liter, das ist ja total bescheuert. Ja, ja, seitdem hab' ich auch abgenommen. Alles ist immer schön beim Up. Ja, stimmt. So, ich guck' jetzt schnell nachgedeckt. Nervt mich jetzt. Jetzt wissen, wie das heißt. Mensch. Wie das ging. So schnell gucken, welchem Video das war. Ah. Außerdem, wer behauptet, dass Niklas keinen Pferdepimmel hat? Der ist zwar nicht so lang, aber genauso dreckig. Er ist nicht so lang, aber genauso dünn. Sind Pferdepimmel dünn? Ich hab' schon lange kein irrigiertes Pferd mehr gesehen, aber. Ja. Ich bin nicht so oft auf... Das könnte sein, ja. Niklas? Ja? Wie sehen Pferdepenisse aus? Soll ich dann nachher jetzt auch googeln, oder was? Nee, wir dachten, du wüsstest das. Also, nein. Nein, ach Mann. Wir wollen ja jetzt sicher auf deine Freizeitbeschäftigung eingehen, aber... Warum haben wir hier vier? Mit viel Text will ich nix sagen. Das war kein Sprichwort, aber das... Alles klar. Alles klar. Das hat mir jetzt auf der Seele gebrannt. Alles klar, Niklas. Ja. Geht aufs Haus. Geht aufs Haus. So, was jetzt mit meinem Leuchtturm? Der brennt. Ja, ich hab nur angezündet. So, was der Kleder macht. Irgendein Dussel hat den aus Wolle gebaut, weißt du? Super, Niklas. Jetzt schiedest du wieder. Echt schlimm. Schau, dass du meinen Leuchtturm in Ruhe lässt. Wenn das dein Leuchtturm wäre, dann müsstest du da auch ne Treppe einbauen. Guck, ich hab dir extra schon Balkon gelassen. Guck. Da, schön. Mit Sichtfenster. Musst nur ne Treppe hochbauen. Hey, das hab ich reingebaut, du Arsch. Ich hätt's ja auch abreißen können, oder? Du Arsch. Gehen wieder miteinander rum. So ist das aber hier immer. Na toll, und jetzt? Ich muss jetzt nur mal kurz überlegen, wie das mit dem Signal war. Redstone. Das ist richtig, ne? Also, ich komm gleich wieder. Ich muss mir mal die Schaltung in Ruhe an. Guck dir die Schaltung an. Wenn es okay für euch ist. Bis gleich. Wir werden es knapp überleben. Ja, ganz knapp. Wenn nicht, schreibst du mir einen Brief. Weißt du, doppelte Ausführung übers Amt. Kein Problem. Du tust halt morgen aufs Amt und dann hilf ich dir auch. Irgendwahr. Also, bis. Halai. So. Die meisten Wahl würde wahrscheinlich nur eine rauchen gehen. Ja, mit Sicherheit. Nein. Also, verabschiedest du dich jetzt auch, weil du auch nochmal rauchen willst, oder was? Ich hab's mir gerade überlegt, ne? Ja. Aber? Aber am Ende ist mir dann eingefallen, ja, ich hab jetzt seit anderthalb Stunden eigentlich nichts Sinnvolles gemacht, außer rumgelaufen. Aber dann ist mir auch wieder eingefallen, mehr mach ich ja sonst auch nicht. Das stimmt. Das ist eigentlich ein sehr guter Arbeitsnachweis. Ich hab nochmal, was du machst. Ich will also, mir gefällt der Brunde nicht. Nein, nein. Warum ist denn die eigentlich so dunkel? Weiß ich nicht. In der Spiele, wo es dunkel wird, nicht ab, ne? Und wie hast du jetzt geschafft, dass sich das Ding dreht? Ich hab da vorgebummst, so. Dann dreht sich das. Ja. Also, weil ich sehr kräftig bin. Aber du musst halt dann dahinter den Fluss halt irgendwie, du musst halt auch irgendwie einen Fluss ja hinkriegen, ne? Bei einer Windmühle muss ein Fluss hin. Ja, ja, natürlich, Jules. Äh, Niklas. Ich dachte, das ist eine Mühle. Ja, eine Windmühle. 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 Nein, eine Getreidemühle. Ja, auch die kann mit Wind betrieben werden. Nennt sich immer noch Windmühle. Ja, aber trotzdem ist doch so dieses Wasserrad cooler. Das wäre eine Wassermühle. Ja. Ich kann sie an einen Leuchtturm bauen. Ich hab dich vorhin gefragt, Tobi, bei uns in Eggo. Und da hast du gesagt, ja, und da war es eine Wassermühle. Ja, da hatten wir aber auch eine Windmühle. Ja, aber das war eine Wassermühle. Die aber mit Wind betrieben wurde. Und, aber nur weil das Wasser packig ist. So ganz dezent. Oh. Hä, keine Ahnung. Ja, eben, deswegen. Keine Ahnung, disqualifiziert dich schon. Nein. Doch. Nein. Nein, 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 nein. Da war doch hier hinten irgendwas mit no enough roofs. Warum baust du eigentlich schon wieder meine Kirche zu? Hm? Hab ich gar nicht. Hopper? Oder sollen wir Slate nehmen? Sollen wir einen Slate-Roof nehmen? Oder was helles? Wir nehmen Slate, ne? Big Oak? Ja. Holzzaun. Und wir versuchen einfach mal das und das. Und das wird super. Wie mein Mathelehrer mal sagte, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Hat dich das sehr getroffen? Nee, aber das hat mein Deutschlehrer auch gesagt. Und alles zu dir, weißt du? Hm. Und mein Englischlehrer. Und mein Biolehrer. Und mein Sportlehrer. Und meine Mama. Mhm. Was? Hm. Ja, du hattest schon eine super Kindheit, glaub es mir. Ja. Kann mich ja nicht beschweren. Au. Au. Heute sagt es ist deine Frau. Und deine Tochter. Eben. Manche gegen mich gerichtet, hat sich egal. Mich haben die Lehrer eh mal gehasst. Das stimmt. Hat man auch in der Noten gesehen. Ich bin ein paar Schüler, also jetzt nicht von jeder Seite betrachtet, aber. Für manche ist Schule was, für manche nicht. Für mich halt eher nicht. Aber das Schöne ist, Niklas, das merkt man heute auch gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja. Hochbezahlten Job. Sehr zufrieden auch damit. Das ist übrigens aus deiner, äh, wässrigen Truhe geworden. Musstest du die sauber machen? Ja, die, die Truhe voller Wasser. Musstest du die jetzt sauber machen, oder hast du das delegieren dürfen? Du hast doch gesagt, da wäre eine Truhe ausgelaufen, oder. Kaputt gegangen. Und dann hättest du ganz viel Wasser da drin gehabt. Ähm. Hol mal ein bisschen weiter aus. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also, das Prinzip Truhe sagt dir aber schon mal was. Welche Truhe? Eine Holztruhe, oder? Nee, in einem Laden. So eine, so eine. Truhe? Ja. Also eine Tiefkühltruhe meinst du? Ja, genau. So heißen die. Ach so, nein, weil, ähm. Also wir haben in unserem Lager so zwei Tiefkühltruhen. Wo das ganze Pre-Bag-Zeug, also das ganze Zeug, wo wir halt in der Früh packen, die ganzen Brezen und Hörnchen. Und so. Ne? Und die eine Truhe ist anscheinend über Nacht kaputt gegangen. Aber nach dieser, nachdem diese Truhen nicht an, ähm, dem Kühlalarm dranhängen. Ja. Weil die halt einfach nur hinten drum im Lager rumstehen und Platz wegnehmen. Hat das natürlich keine Sau gemerkt. Mhm. So, der Kollege kommt ja dann in der Früh in den Laden rein. Wie gerade so die Brezen auflegen. Und die Brezen, naja, zerfließen halt schon in der Hand so, mehr oder weniger, ne? Ja. Da war dann so die Idee, ja, warte mal, die Truhe könnte ja kaputt sein. Mal gucken, wie viel Grad die hat. So, normalerweise so minus 15 Grad, ne? So, ganz angenehm. Für so Zeug. Mhm. Da hat man einfach mal 25 drin. Ist vielleicht ein bisschen warm, ne? Ja. Nachdem da halt so Hörnchen, wie gesagt, drin sind auch so Käsehörnchen und so Schokohörnchen, zerläuft halt dann mal gerne, ne? Hallo. Ja. Und nachdem sich halt dann an den Seiten, weil das sind ja Truhen, die seit Millionen Jahren nicht mehr enteist wurden und da kümmert sich ja keine Sorge drum, weil, warum auch? Ja. Weil da halt auch ziemlich viel Eis an den Wänden und allem. Ja, dann war die ganze Ziffer halt da unten drin. Und das, ne, inzwischen so Hörnchen und so Käsesstangen war dann halt so die ganze Ziffer drin. Was ich dir noch sag, Wolf, äh, Fussel, ne? Ja. Was jetzt geil mit dem Mischpult ist, ne? Ja. Ich könnte jetzt zum Niklas einfach sagen, ich könnte ihn jetzt aufs Übelste beleidigen und könnte einfach sagen, ich mach das so. Ja, das hören meine Zuschauerinnen und Zuschauer bestimmt sehr gerne. Das hat mich ja angetroffen, das ist so. Das war jetzt aber auch wirklich nicht fair, was du da gesagt hast, Nik. Jolt. Ja, ja. Also. Ein bisschen beleidigen. Wow. Ich bin jetzt echt tief verletzt. Ja, würde ich auch sein. Aber du musst das noch selber auspingen, ja? Was? Ja, was du da Unflätiges von dir gibst. Was soll ich damit machen? Das musst du selber auspiepen, ja? Ja. Piep. Ach, jetzt hör doch auf, so eine Schweinerei zu erzählen. Das ist ja widerlich. Ich find's nicht, das ist so eine sinnlose Funktion, aber ich find's einfach ewig lustig. Das war schon eine coole Erfindung. Ich stelle mich mal ganz kurz hier in Schutz. Ähm, wenn du Schultz dann eben kurz, ne? Dann kann ich ja gucken. Schultz, wir haben dich nämlich ertappt. Ja, aber ich weiß jetzt, wie ich den Leuchtturm baue. Also hatten wir recht, Silke. Okay, wir steuern. Gut, ich hätte sie mir ein bisschen höher gewünscht, aber so schlecht ist sie eigentlich nicht, ne? Weil wir arbeiten heute mal mit Tageslicht-Sensoren. Uh! Weil es ist ja auch ein Leuchtturm. Das darf ja auch nur nachts funktionieren. Müssen wir da eventuell noch was draufbauen? Aber auf der Fläche machst du halt wenig Dach, ne? Hm. Ist eine kleine Windmitte. Sieht halt ein bisschen kompakt aus. Vielleicht fällt ja noch irgendjemand was ein. Das ist Schwarz-Eichen-Holz. Dann brauchen wir ja hier auch Schwarz-Eiche, ne? Schwarz-Eiche. Schwarz-Eichen-Tor. Machen wir hier ein Tor rein. Ähm. So, ne? Jetzt haben wir auch endlich mal einen Durchgang hier, weißt du? Seid sehr klein. Ist eine Petite. Warum steht denn der hier in meiner... Widerlich. Jetzt steht der hier auch noch rum. Fairey Lights. Fairey Lights. Untertitelung des ZDF, 2020